Hallo und Herzlich Willkommen Zuletztes Browser Games Age of Defense 3 Heute mal von mir ausgewählt Mit einem Genshi Im Vollbildmodus Yay Und nicht als kleines Bild Yay Kann ich irgendwie zusammenspielen nicht oder? Nö, das unwichtige muss immer klein sein Ich mache jetzt ein of new game Jaja Move my star Get each of screen and scroll them up Okay Click any units icon Welches Icon will ich denn? Oh, ich nehme den komischen Top hier Hä? Ach, scheiße, ja Das ist dann im Spiel, musst du auf die Icons klicken, um die Truppen zu beschwören Ich mache mal Level 1 Start Ich habe mir immer ein paar Katapult-Männer Ah, ja, das kenne ich Dauer ein bisschen an, das kenne ich das Jaja Das Ich kenne es auch noch an Nein, der hat meinen getötet Ja, ich tötete die gerade ehrlich, nehme ich meine extrem kranke Taktik Welche denn? Einfach durchgängig Katapult-Männer beschwören Ich sag dir, die machen so viel Damage die One-Hitten dann am Ende alle Hä? Zwischen mal ein paar kurz Ich glaube, hier ist gerade irgendwie nicht so ganz Na oben hast du auch deine Icons, die hellleuchten kannst du beschwören Jaja, aber ich habe einen beschwert und defiedet, ich bin defiedet So, das wird es aber gewesen sein Nach jedem Game kannst du übrigens neue Truppen kaufen oder aufrüsten Was denn? Was verstehst du denn? Ich klicke gerade irgendwie nicht durch Na was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ja, meine ist gerade einfach YOLO durchgeraufen Ja, und Das ist dann wahrscheinlich so eine Und der hat aber keinen getötet Ja, die haben auch so eine Fähigkeit, da können die Ähm Wenn die einen schlagen, haben sie eine Möglichkeit, dass sie nach vorne schnell kommen Also so FAM Und da sind sie Ich werde hier mal vollkommen Also, bist du schon fertig mit dem ersten Level? Nö, ich bin überhaupt verloren Echt jetzt? Ich hab den Timer vergessen Egal Ja, okay Ich geh grad schon wieder, nein, 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 nein Mach einfach immer wieder eine Truppenart oder so Also, danach kannst du auf jeden Fall die entweder neue Truppen Jetzt rennt der schon wieder durch, der soll die doch besiegen und nicht einfach durchlaufen Wen holst du dir denn immer? Den zweiten, den Club Swinger Ja, die Viecher haben die Fähigkeit, wenn die einen schlagen, haben sie eine Möglichkeit, dass sie ganz schnell nach vorne sprinten Also richtig scheiße Ja, dann hol dir halt eine andere Ja, ich hab aber keine andere, nur diese Anfangstyp ist da Und du hast noch da drunter den Katapult Man Oh, sag ich jetzt, dass ich den auch nehmen kann Oh, das hab ich doch vorhin gesagt, dass es meine Taktik ist, dass ich immer nur die nehme So, jetzt haben die auch ein Skill, dass die so fliegende Steine werfen können Die Klaps Also die Musik kenne ich Aber das Spiel dazu, das ist bei Weifen besser Bis jetzt Aufbau rum auch vorher Hm Wie viel muss ich denn dafür töten, dass ihr immer das Level geschafft habt? Da oben, ey, guck mal, ganz oben rechts steht doch Base 5 oder so Ich muss halt versuchen, so viele Einheiten von dir müssen da rüberkommen So, jetzt hole ich mir jetzt, jetzt hole ich mir das Skeleton, Junge Das wird dann später richtig schwer werden Aha Was denn Jawohl, jetzt was macht das, komm, ich weiß es Tu es Jawohl, einer ist drüben Yeah, einer gleich, ich bin schon bei Level 3 Nee, 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 nee Ein paar von den Kleinen Okay, die rennen gerade alle einfach durch Yay, Victory Juhu, jetzt kannst du nämlich hier entweder neue Einheiten auf der linken Seite dir holen Oder auf der rechten kannst du denen Skills geben Skeleton Das nennt man noch Skeleton Skalaton Next Ich brauche mal nicht meinen Birdman, der ist nämlich richtig krank Birdman Oh nein, jetzt haben die Dino... Skalaton Mal ne Tree Creature mit dazu holen Die schadet ja nie Ich meine Skeletten haben die einfach mal weggefügelt Ja, die Skelette sind nicht allzu stark Die brauchen diesen dazugehörigen Skill, der bringt einem das, die... Wenn sie getötet werden, explodieren die und das macht richtig Schaden Und wie kann ich denn den Skill geben? Auf... auf... auf der rechten Seite Am nächsten Level oder was? Ja, du musst halt auf der... auf der rechten Seite Wenn du so, äh, Einheiten freischalten kannst auf der linken kannst auf der rechten Also jetzt geh ich schon wieder in meine Base rein Was... verfickt... äh... 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 Ich hab' auch... Flo ist zu schlecht Habe ich so das Gefühl? Also ich mach' die hier grad irgendwie alle eher fertig Statt die mich Also meine Tree Creature, die ich grad' beschworen hab' Deine was? Tree Creature, Baumkreatur Die hab' ich mir gekauft Die kommt... die kommt nach Skelett Da ist sie ja Auf geht's, Tree Creature, die hat zwar überhaupt... Oh, jetzt hat sie einmal angegriffen, oh mein Gott It's so magically Oh mein Gott, er hat gewonnen, Vogel oder meine Typen Es sieht so aus, als ob der Vogel gewinnt Ah, jetzt 28 Punkte Ah, ich brauche natürlich 40 Das mach' ich ganz sicher noch nicht, weil das ist jetzt schwer Was du? Was denn? Was denn? Das Level 5 ist richtig schwer Bis zu Level 7 Ich mach' das mal Level 8, weil das ist so leicht Die haben nur kleine Goblins Voll'n Spackos Die kleinen Goblins Das sind die kleinen Goblins Die man one-hitten kann sogar Zumal es meine Tree Creatures machen das Mhm Ich hab' ja mal ein paar mehr von denen So, die dürften jetzt eigentlich Reichen, dass die alleine schon gewinnen Sieben Stück Irgendwie ein Maximum an Viecher Die ich da auf der Ding haben kann Ich glaub' nicht Aber du hast halt Prader Die kosten halt jeweils unterschiedlich viel Äh, schon klar, ich hab grad Und Äh, 14 oder 15 von diesen Katapulten-Männern Mach' ich auch oft sowas LOL LOL Ich bin auf Google Hahaha Ernsthaft jetzt? Ja Hast du das Spiel jetzt abgekackt, oder was? Ja, irgendwie grad schon Ja, dann start der wieder Ich glaub' dann wär's wohl doch nichts, dass du voll wild ist Nein Dum 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 ohhh Ja, victory, endlich Spiel wird gestartet Ich werd' jetzt kann ich nicht mehr Continue machen Wie viele Upgrade Points? 22 habe ich. Kostet 24, ich muss mich verarschen. Und du kostest... Eno Rider Skill, no error. Hä, what? Okay. Hier, komm. Gib ihm. Wenn er irgendwas... Ja, den hier. Jetzt müssen sich unsere Zuschauer die tolle Werbung hier angucken. Ja, die überblende ich dann einfach. Wir wollen ja keine Schleichwerbung hier machen. Ja, ich hab Dino Rider. Das kann ich schon gar nicht mehr als Schleichwerbung beziehen. Das ist ja schon hier richtig Werbung. Wir sind die Goblins so. Schlecht. Okay, gut. Wir sind die Dino Rider so. Oh, ich kann doch Continue machen. Wir sind die Dino Rider so. Schlecht. Ah. Ich hab's laut der Schlechte aufgelevelt oder was. Also gekauft. Was ist los? Ich muss sagen, die Dino Rider ficken die grad ganz schön weg. Ich mag die trotzdem nicht. So, nochmal Level 8 probieren jetzt. Die haben bescheid... Goblins. Eins, zwei, drei. Äh, ja, ich muss sagen, das ging jetzt sehr schnell. Ich brauch sieben von den Viechern. Ich hab einfach mal durch das Level durchgerusht. Okay. So, jetzt hab ich sieben. Das dürfte reichen, weil sie die A1 hätten. Weg-Tro-Klinge. Wie, ich hab's mit 23. Wir sind die Ogre. Hm, die sind nicht schlecht. Die werfen auch mit so Stein. Die. Ding hab ich. Was kann ich mir davon noch kaufen? Ein paar Skills-Kotten. Empfehle ich dir vielleicht noch. Ja, hab ich. er will 4 und wieder so einen komischen dino rider meine tree creatures machen es hier gerade alles allein weil wir uns von die dino rider irgendwie so wird man kommt ja man nein die haben einen dino rider getötet oh mein gott nein das kann nicht sein junger start wo sie mein bergmann und ich war es nicht genau wie lange wir noch haben ich auch nicht dass der uhr nicht gestellt deine wunderschöne uhr diese lustige geräusche macht eigentlich ist ja ein handy aber das muss ja niemand wissen jetzt habe ich gerade laut gesagt das ist ein handy ist und keine uhr was dann nichts das meister er kommt noch mal noch fünf minuten und dann hat er durch mein bergmann macht sie gerade alle fertig meine brutt man sehr gesagt fünf stück gegen bescheuerte dino rider wird man wo sind mir wird man die kommen bei skeleton also er bei bei der tree creature danach jetzt bist du einfach schon mal wird man es einfach richtig geil darauf muss man sparen jung ist meine eine meiner lieblings einheiten der phoenix ist auch cool ich bin level 5 flammen pfeiler ich kann mir die bergmann sich kaufen ich bin bei level 5 habe ich aber ich könnte mir das kaufen wir sind die wöse dazu die schon ganz cool besonders der skill von denen ist cool das ist relativ wenig besitzt ich schon mir auch kaum skills ich sollte mir mal für den parkmann einholen weil der hat den skill meteor macht sie fertig wird man hat er mich einfach diese dino riders von dem gegner nerven weil die einfach so viel aushalten hätte ich mir doch ein dragon vielleicht lieber geholt wird man ich hasse diese dino rider warum denn weil sie mich gerade hier fast fertig machen meine brutt manns war schon schießt auf den dino rider nein nicht auf die boden jetzt seid ihr tot kühlen können die 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 ich habe gleich wieder gewonnen welches level sagtest du ist so richtig schwer äh die fünf mag ich nicht warum nicht weil die schwer ist weil die einfach so viele dino riders machen hast du jetzt gerade gemacht oder was ich bin gerade dabei ja ich mache es auch gerade mit meinen bruttmanns und die machen hier gerade alles fertig let's go bruttmann noch nicht diese bescheiden dino rider von dem deppen und er hat noch ein leben weil die die one hätten mich aber cool wie sehr wie die gegner einfach nicht machen können und das hat gewonnen echt mit welchen einheiten meine ich das ist ziemlich allen es ist ein paar wissert ein paar dino rider paskelettern und ein paar auger ok denn und und die 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 dann probieren weißt du wenn wenn ich mir nur verkündet gerade hätte ich das schon lange geworden das wird für ein krankes ding da kommt das leben noch später doch und die leveler folge springen oder was ja klar du kannst doch schon später weil er will machen das mache ich doch hier die ganze zeit alter was sind denn das für scheiß dino dinge da nehmen meine truppen hoch und schmeißen sie in der gegner mehr das ist der das ist der skill des dino riders kannst du dir auch kaufen ich hab mir einen skill schon für den gekauft es gibt nur einen ja aber die machen meine machen das irgendwie nicht nur die gegner keine ahnung in dem 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 der der bergte der bergte ich hatte dies beschädigt 5 5 ist einfach ist es willst du doch ich hab's gemacht scheint für dich und die zeit ist um nein nein das kann nicht sein lügt mich nicht auch surrender so dann sagt was hältst du vom spiel du musst das hauptsächlich umdrehen gelbe und dünn 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 lass mal kurz Licht machen wir heute auf Prozent 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 Moment ins Licht her auf oder was ja natürlich ein will auch keiner sehen ja ich weiß also das spiel spaß was sagst du ich mag dieses spiel ich will trotzdem noch drei oder vier sterne geben was irgendwie auf der auch ziemlich langweilig wird Mich nervt es gerade auch ein bisschen, weil ich hier nicht weiter kann mit meinem Birdman. Also, Spielspaß. Drei oder vier? Oder fünf? Oder eins? Vier. Echt, vier. Dann mach... Ich wäre ja für drei. Dann mach halt drei. Okay. Grafik passt dir zum Spiel? Ja, passend schon. Das geht eigentlich. Sag mal vier. Oder? Es ist dir doch eh egal, was ich sage. Nee, was sagst du? Passt. Mach halt vier. Ja, es... Es ist... Sie könnte ja noch ein bisschen besser sein oder so. Keine Ahnung. Dann mach halt ja. Dann mach ich zwei. Moment, wirst du noch länger spielen jetzt dran und hat es dir im gesamten gefallen oder eher nicht? Ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln. Ja, dann sag deine... Deine Dinge fürs Spiel da. Okay, gut. Also haben wir bei Spielspaß. Was haben wir da? Drei, oder? Haltest du. Grafik 4 und Spiel aber auch Nummer 3. Heißt, wir haben 10 von 15 Punkten. Stimmt. Oder? Ja. Oder? Ja, haben wir. Alter, komm jetzt, um Birdman's geht halt durch und macht's fertig. Also dann. Victory! Wir zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.